Guten Morgen, guten Morgen, ihr Hübschen, und willkommen zum 12.01., letzter Tag in der Stiermond-Energie, 12 und 1, ja, das Kind mit dazu, addiert, ist das die 11, ja, 13, 25 ist 38, ist die 11. Gespräche, Gespräche über was? Über 9 Zyklus, also sprich, was stelle ich mir anders vor, was muss anders laufen, was würde ich mir wünschen, immer noch die Energiearbeit, die aktuelle, auf euch zukommt. Das Bedürfnis, hier hat jemand das Bedürfnis, Dinge zu klären, in die Klärung zu bringen. Hier hat jemand das Bedürfnis, ja hier, schaut mal, vice versa, da haben wir ja schon den Narren mit drauf, den Neuanfang, das Kind steht ja auch für den Neuanfang, etwas keimt auf, ja, das sieht man auf der Bildsprache, von der Karte so gut, etwas keimt auf, etwas will ausgesprochen werden, und da geht es ja aber schon die ganze Zeit drum, jetzt verrate ich euch jetzt nichts Neues, das haben wir ja, wie gesagt, ne, schon in der Energiearbeit liegen, und ja, das ist jetzt einfach so, ne, jetzt will's raus, jetzt will drüber gesprochen werden, es will, ähm, der Schuh drückt, der Schuh drückt, drüber zu sprechen, es, äh, in die Klärung zu bringen, und, ähm, etwas zu bereinigen, ja, etwas zu bereinigen und dann, äh, neu durchzustarten. Gucken wir mal, was wir noch dazu bekommen können. Ja, ich hab, hatte ich doch schon gesagt, guckt mal, ich hatte gesagt, kommt auf euch zu, ja, und hier ist es, ne, umgekehrt gefallen, auf euch zukommt, da, ne Entscheidung. Der König der Schwerter, ja, hier hat jemand eine Entscheidung getroffen, und diese Entscheidung, ähm, will mitgeteilt werden, ähm, der Schuh drückt. Deswegen wird das ein ganz, ganz kurzer, äh, Tagesimpuls, weil, ähm, was das auch immer ist, ne, das, das wird jetzt bei jedem, ne, bei dem einen ist es, ähm, ein Arbeitsplatz, ja, wo jetzt vielleicht, äh, Mitarbeiter vorgesetzten Gespräche fällig sind, ja, wo, ähm, ein Vorgesetzter, ähm, Zukunft klären möchte, ja, bei dem anderen ist es eine, äh, Beziehung, ne, es sind, es sind hier, hier, schaut mal, da haben wir den rückläufigen Merkur, ne, haben wir auf der Unterseite auch auf euch zukommend, ja, aus der Vergangenheit geprägte Entscheidungen. Das kann auch jemand sein, ne, der aus der Vergangenheit wiederkommt, ne, und eine Entscheidung getroffen hat. Aber es ist auf euch zukommt, ja, auf euch kommt jemand aus der Vergangenheit zu, wer auch immer, ne, oder jemand, der aus der Vergangenheit gelernt hat, das ist so, äh, rückläufige Merkur-Energie, ja, etwas bereinigen und klären will und, ähm, dementsprechend Entscheidungen getroffen hat. Und die wollen mitgeteilt werden. Also, das Einzige, was ich euch quasi für den heutigen Tag mitgeben kann, ist, ähm, hört bitte zu. Warum? Weil dieserjenige, welcher etwas aus der Vergangenheit, ähm, geklärt und bereinigt hat, eine Entscheidung getroffen hat. Und schaut mal, hier haben wir auch das Gewitter mit drauf, ja. Das ist ja, ähm, das hatten wir in der Gegenüberstellung, ne, in der letzten Gegenüberstellung. Da gab es ein, äh, klärendes, bereinigendes Gewitter. Dieserjenige, welcher hat etwas gelernt und, äh, hat daraus eine Entscheidung getroffen, ist daraus in die Entschlusskraft gekommen. Und, ähm, jetzt möchte dieserjenige, welche, ähm, darüber sprechen. Ja, wir haben hier die Routen, ne. Die Elf sind die Routen. Und die Routen bedeutet, ja, hier möchte jemand etwas sich erklären. Sich erklären, etwas erklären, hat, ähm, Entscheidungen getroffen. Und meiner Meinung nach ist das anhörenswert. Ja, weil es, ähm, Ähm, mit dem König der Schwerter eigentlich nicht um Wiederholung geht. Hört es euch an. Seid offenen Geistes, seid neugierig und hört es euch an. Und mehr als hört es euch an, gibt es für euch nichts zu tun. Und deswegen ist das ein, äh, ganz kurzer und knapper Tagesimpuls. Und dann, äh, würde ich sagen, hören wir morgen wieder, ne. Hören wir morgen wieder, seid gespannt und neugierig und guckt mal, was da auf euch zukommen will, ja. Bis dann, so haben. Ach, das muss ich auch noch. 6,34, 6, ne, haben wir hier. Tada. Ja. Jetzt bin ich auch neugierig, aber ich kann nicht bei allen von euch Mäuschen spielen. Ich kann euch jetzt nur entlassen. Also, bis morgen, bis dann. So haben. Also, bis dann, bis dann, bis dann, bis dann, bis dann.